Hallo Leute! Willkommen zu einem kleinen Let's Show von S40. Ja, jetzt haben wir meinen Charakter, der ist ziemlich mit Premium Stuff und so zugemüllt und... Naja, egal. Ich spiele dazu. Ich gebe meine APA aus und bin damit froh. Und ich möchte hier einen kleinen Mode zeigen, das war den SIG Mode. Oder SIG Mode oder SIG Mode oder SEIS, wie es auch immer heißt. Und zwar werde ich jetzt erstes einmal... Ach, ich gehe auf... Oh, und es wird mir... Vielleicht nehme ich Skyline. Ja, ich gehe mal in ein laufendes Match, dann sieht man ein bisschen mehr Action. Also startet man einfach an. SIG Mode, SKY LINE. So, wir schaffen nochmal. So. Ähm, Ziel dieses Spieles ist es, diese Plattform hier zu erobern. Und ja, das ist ein Teamspiel, also man braucht wirklich viel Team-Talent. Ansonsten ist mir nicht aufgeschmissen. So. Je mehr Team-Mitglieder auf dieser Panel sind, desto schneller geht es. Die andere da drauf ist, kriegt dann fünf Punkte und die andere einfach nur einen Punkt Assisten. Wie ich jetzt zum Beispiel. So. Und ich glaube, die Gegner pennen, weil die machen nichts, aber auch hier. Und die bleiben mit dem Hammer reingeballert. Ach, ich hasse den CS-Block. Ja. Tschüss. So. Oh, da ist noch einer. Ich glaube jetzt. Boah. Das war ja. Ach. Okay, gut. Ja, komm. Geh drauf. Hm. So. 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 Spaw mich schneller. Yeah, ich könnte jetzt meine coins benutzen, aber ich bin zu Foul dazu. Ich kann die Gegner führen. Äh. Nicht gut. Aber egal. Man muss nicht immer gewinnen. Wie viele Punkte geht es hier eigentlich? Oh. 300. Okay. So. Gut. Komm, mach schneller. 40, 80, 100. Ja, und los. So, zwei gehören uns. Einige Gegentengegner. Und... Wow. So. Ich fliege den Gatebreaker. Wow, lags. So, gut, gut, gut. 60, 40, komm. Komm doch rauf, Mensch, nicht abhauen. Ah, es laggt. Fraps bitte nicht laggen, okay? Gut, dann, ich glaube, den Koror hier unten. Hanel. Müssen wir noch befreien, jo. Die gelben Chips, mit denen kann man Waffen nachladen. Äh, kann man nicht nachladen. Die hier geben Penn. Ich sollte jedenfalls Penn geben. Geben selber nicht. Ja, komm. So. Und die roten, die geben HP, 30 HP. Die violetten, weiß ich nicht mehr genau. Komm her. Wow. So. Will noch wer? Ja, ja, ich bin Premium. Bla, bla, bla. So durch Kommentare werde ich das Wort löschen. Oh, nee. Mir egal. Ähm, ja. Komm. Ja. Wow. Achtung. Gleich von hinten. Und auch noch von hinten. Tschüss. Niemand greift meine Team-Mates an. Nicht mal ich. Außer ich habe einen Erf-Bomber. Dann mache ich's. Wow. Da muss ich aufpassen. Und drop mir ein HP-Dings. HP-Chip. Verdammt. Das heißt, mein Dings war nix. Okay, gut. Dann gehe ich hier hin. Drop mir HP. HP. Okay. Äh. Wieso kriege ich jetzt nix? Ach, leck mich. Ist doch egal. Bin doch noch gar nicht gestorben. Äh, nur zweimal, oder? Oder dreimal? Looping-Base. Oh, Mann. Ernsthaft. Wir haben das mal direkt auf. Das Loop-Loop-Loop-Gespelle mir hier. So, ausgewicht. Boah, ich hasse diesen CS-Block. Das ist einfach nur lame. Ich meine, die machen wir die ganze Zeit so, yeah. Ja, super, danke, Lex. Da hab ich immer rumgegangen, verdammt. Naja. In dem Weile hatte ich gerade was runter, so von daher... Ein Punkt da halt, ne? Oh yeah, das kann ich gebrauchen. Aber mehr als nur... So, hier rauf. Ich will dem Team helfen. Und den Punkt abstauben. So, okay, langsam ruhen wir auf. Noch neun Punkte. Immer noch neun. Ja, ey, genau! Zwei auf ein! Ähm, ja, wie auch immer das gerade passieren konnte. Ja. Egal, ich mach mal. Instant. Ja, toll. Nein, was? Äh... Ja. Tolles Jumpfeld. Kaum lag man. Ja, lag mich. Ist auch egal. Ja. 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 Ey. Ja. Lamer kann's nicht werden, oder? In dem CS-Block zu verstecken ist. Oh, Lame. Jetzt darf die heiße Fahrt begonnen. Damit bekommt man Instant Spawns. Ja, ich bleib jetzt hier drauf. So. So. Capture Assistant. So. Ja. Toll. Okay, da hinten sind ein paar. Da schleiche ich mich wohl hinten an. Oh. Woher immer die jetzt hinten sind. Möge ich wohl mit Team... ... mit Team aufgeräumt, oder so. Komm. Komm. Ach. Nur Narzisten. Scheiße. So. Mehr Punkt. Mehr Punkt. Uh, ich bin Vierter im Team. Schön. Ja. Klar. Ja. Wie auch immer die mich getroffen hat. Ich krieg nicht den Ex hier auf. Ach. Egal. Komm, komm, komm. So. Komm. Okay. Äh. War ich nicht wer? Ja. Oh. Achtung. Hier ist ein Decker. Ja. Natürlich nicht jetzt laggen. Da ist er wieder im Deck. Äh. Punkt, Punkt, Punkt. So. Die Blauen füllen... Oh, was zum... Ich hasse diesen CS-Block. Der ist einfach nur lame. Ja. Ich geh mal in der zweite Smatch. Ich hab' mal in der zweite Smatch. Ich hab' mal in der Zeit mit ganz und so frei. Oh. Das ist Punkt aber schlicht. So. Zurück. Vielen Dank.